Erinnert ihr euch noch an mein Review zur Soundbox 3? Ein wirklich toller Bluetooth-Lautsprecher, den ich leider viel zu wenig genutzt habe, weil er mir einfach zu schwer und importabel zum Mitnehmen war. Als Soundbox mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich die neue Soundbox Go testen will, einen Bluetooth-Lautsprecher von Soundbox, der deutlich portabler ist, habe ich natürlich Ja gesagt. Im heutigen Video seht ihr meine Erfahrungen damit. Viel Spaß! Am wichtigsten bei der Soundbox Go ist natürlich die Größe. Ungefähr 50% kleiner in der Höhe und 6 kg leichter ist sie als ihr großer Bruder. Die Maße betragen 45,9 x 31,6 x 26,6 cm. Dank des Tragegriffes an der Oberseite lässt sich die Go recht gut transportieren. Optional könnt ihr auch noch einen Tragegurt erwerben, der macht das Ganze natürlich noch mal komfortabler. Dank der robusten Bauweise und dem IP65-Schutz müsst ihr euch um die Box keine Gedanken machen und könnt sie überall mit hinnehmen, das heißt, die darf auch mal etwas dreckig oder nass werden. Ansteuern könnt ihr die Soundbox 3 entweder mit eurem Handy per Bluetooth oder per AUX. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, das mag sich jetzt vielleicht etwas wenig anhören, allerdings sollte das für 99% der Nutzer ausreichen, zumindest für mich. Die Bluetooth-Verbindung zu meinem Google Pixel 5 war dabei erstaunlich gut. Ich konnte sogar über mehrere Stockwerke Musik abspielen. Laut genug ist sie ja, aber dazu später mehr. Zur Bedienung findet ihr hier oben den Drehregler, mit der ihr die Box lauter und leiser machen könnt, sowie ein- und ausschalten könnt. Was mir hier etwas fehlt, ist die Funktionalität, ein Lied zu überspringen. Also sollte ich mein Handy jetzt hier nicht direkt am Mann haben, sondern irgendwo da hinten, keine Ahnung, jemand anders ist dran, dann kann ich hier direkt an der Box leider keine Songs überspringen. Hier direkt daneben befindet sich der farbige Team-Up-Button, mit dem ihr mehrere Soundbox Go und auch Soundbox 3 Geräte miteinander koppeln könnt. Ebenfalls kompatibel mit der Soundbox 3 ist das Battery-Pack. Warum ich das hier gerade hochgeschmissen habe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist das Gleiche. Das heißt, wenn ihr von der Soundbox 3 kommt und euch vielleicht die Go dazu kauft, könnt ihr das ebenfalls mitnutzen. Soundbox gibt Akkulaufzeiten von 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke und 10 Stunden bei voller Lautstärke an. Wobei ich keine Ahnung habe, wo ihr das Ding 10 Stunden auf voller Lautstärke laufen lassen könntet, ohne dass sich Nachbarn, Anwohner oder was auch immer beschweren. Grundsätzlich könnt ihr von dieser Battery-Box hier auch noch unendlich viele nachbestellen. Das heißt, theoretisch, solange euer Geldbeutel unendlich groß ist, habt ihr hier auch unendliche Akkulaufzeit. Natürlich müsst ihr die vorher einmal an der Steckdose aufladen. Aber zum Beispiel, ihr seid ein Wochenende unterwegs und seid euch nicht sicher, ob eine Akkuladung reicht und ihr habt keinen Strom, dann könnt ihr euch einfach noch eine zweite Battery-Box dazu kaufen. Bevor wir jetzt natürlich zum wichtigsten dem Sound kommen, will ich noch kurz auf die App eingehen. In der App könnt ihr zwischen den vier Klang-Modi wechseln. Das wäre einmal Custom, Indoor, Power, das ist quasi so der neutrale Modus. Lustig, dass der schon Power heißt. Und Bass Plus, wo dann eben alles auf den Bass ausgelegt ist. Außerdem könnt ihr hier noch die Firmware updaten, sollte Soundbox eben ein neues Update herausgebracht haben. Ich habe meistens den Power-Modus genutzt. Ganz einfach aus dem Grund, dass man den Bass Plus-Modus drinnen überhaupt nicht verwenden kann. Das ist einfach viel zu viel Bass. Beim Power-Modus geht es gerade noch so. Und draußen, ja, Nachbarn und so weiter, bin ich in der Regel auch dann auf den Power-Modus gegangen. Damit kommen wir schon zum Klang. Und ich muss sagen, hier hat Soundbox wirklich richtig gut abgeliefert. Der Bass, habe ich gerade eben ja schon angedeutet, ist richtig, richtig gut für diese Größe und diese Kompaktheit. Und auch die Höhen leiden darunter nicht. Die Box hat eine Leistung von 144 Watt, was sie über 120 Dezibel laut werden lässt. Und lasst euch sagen, 120 Dezibel, das ist extrem viel. Aus reinem Interesse habe ich das mal ausprobiert. Ich habe die bei uns ins Wohnzimmer gestellt, mit dem Handy verbunden, auf volle Lautstärke gestellt. Also erstmal fallen euch da die Ohren ab. Deswegen bin ich dann relativ schnell rausgegangen, vor die Haustür und ein paar Häuser weitergelaufen. Und ich habe die Box immer noch gut gehört. Wie gesagt, die war drinnen gestanden, da ist eine Hauswand dazwischen. Und draußen sind natürlich auch Umgebungsgeräusche und so weiter. Aber ich habe immer noch schön gehört, welches Lied ich höre. Das heißt, die ist wirklich laut genug. Also wenn ihr das in einem Raum drinnen verwendet, könnt ihr das niemals auf die volle Lautstärke stellen. Außer ihr möchtet unbedingt einen Tinnitus haben. Und auch draußen, wenn ihr jetzt hier auf einem komplett abgelegenen Grundstück seid, wie ich jetzt, dann könnt ihr die vielleicht mal auf 100% aufdrehen. Dann kann sich hier im Umkreis von 10 Meter aber auch niemand mehr unterhalten. Ich sage mal so, die realistische Lautstärke liegt vielleicht irgendwo so bei 50% und dann ist die schon wirklich laut genug, dass man da ordentlich Party mitmachen kann. Was ist also mein Fazit zur Soundbox Go? Ganz ehrlich, Punkt Design, check. Punkt Akkulaufzeit, check. Und Punkt Klang, definitiv, check. Dazu ist sie, wie gesagt, nach IP65 wassergeschützt und unter 10 Kilo schwer. Das heißt, ihr könnt die natürlich nicht auf längere Wanderungen mitnehmen, da fällt einem irgendwann der Arm ab. Aber ihr könnt sie relativ gut mitnehmen. Sie nimmt nicht allzu viel Platz im Kofferraum weg und ist damit eben deutlich portabler als zum Beispiel ihr großer Bruder, die Soundbox 3. So, das war es jetzt mit meinem Review. Es würde mich mal interessieren, was ihr von der Soundbox Go haltet. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben gebt und wir sehen uns in den nächsten Videos. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.